als ob du den hast darf ich den mal fliegen kommt er mit dem delorean her alter ja okay lass mich mal fliegen voll geil alter wie machen wir das jetzt da kann ich dieses ding auch mal fliegen den lorien style alter ja ich weiß schon ganz chillig erst mal ich muss mich an das teil gewöhnen fließt mit namen perjana alter ja mike hat auch noch nicht gedacht nicht viel spiel ich mit controller sich gar nicht ja das ist voll geil ist einfach zurück in die zukunft es ist voll cool ich fliege nur so im kreis aber es ist irgendwie voll witzig hast du den aufgetunen der ist gar nicht mal so schnell unter der brücke ich bin so cool wie hoch kann mit dem teil fliegen er steigt einfach aus so geil ich fliege so voll weit hoch und er also wenn du nicht so weit oben aber ich fliege trotzdem hoch und er steigt einfach aus hey leute willkommen zu der nächsten folge von gta 5 online heute machen wir die heißt heute zusammen mit dem andreas dem flo und dem nick hallo so ganz kurzes vorwort der nick ist die frau der andreas ist ja hier neben mir und der flo der mit der hundemaske der nick ist nur ein ersatz für jan nicht wundern er wird vielleicht öfter dabei sein und falls jemand ausfällt andreas oder jan oder flo was auch immer aber der jan wird natürlich wieder mitmachen und gehört natürlich zu dem hauptsächlichen squad nur dass ihr dahingegen bescheid wisst so jetzt starten wir aber die heißt let's go so ausrüstungsmission wenn es ergibt sich zum klinikum was hast du jetzt eingestellt war das war doch gar nichts wir müssen anscheinend alle gleich ich soll ich bestellen auto noch ich hab mal wie wir können auch mit uns anfangen ja nein jeder kann mit dem eigenen fahren daher steht noch eine lange ist doch scheißegal nick ist einer ein vier sitzer so wir sind da mein lieben freunde stehe den krankenwagen ich will fahren dann sieht er mal wie gut ich fahren kann ja okay da will ich töten mich du bist ja er fällt einfach weg bist du behindert hallo bist du behindert du darfst doch fahren geh rein hör auf euch nicht in die luft zu lernen ja gar nichts kommt steigt ein ja hinten einsteigen fahr 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 ist egal alter so ausrüstungsmission abgeschlossenen krankenwagen haben wir schon mal bekommen deluxus ausrüstung kämpft euch den weg durch eine wachmannschaft frei um euch zutritt zu der garage mit dem deluxus zu verschaffen 20 dämon levels geschafft hat so dann sind wir jetzt hier müssen die den lorien zu holen und ein paar wachen ausschalten das kann lustig werden aber anscheinend dürfen wir sterben ja stimmt wir haben keine team leben tatsächlich all das sind es viele der let's go das mag oder in der ecke hier noch sind die oben oder wo sind die wir brauchen ich glaube einer wo sind die lorien wir müssen erst nach so schlüsseln schlüssel okay ja du hast nix nix einer droppen schlüssel ich weiß nicht ob es der letzte ist alter ich sterbe fast ich bin fast tot soll ich da reinballern oder mehr kannst du mal machen ich habe keine raketen werfen ja da ist der schlüssel ja gib mal her ich hab dich getötet ich habe den schlüssel ich gehe da hin doch natürlich bist du wieder gespawnt so machen wir die garage mal auf und hol uns die dinge ja ich kann auch da sind sie so welchen hallo da sind immer noch welche ich habe das gar nicht gegrafft ich dachte alter war ich gerade überfordert ich auch ich dachte gerade nicht dass da noch welche sind ich nehme den roten mal los geht's ich nehme den hier alles geil sind denn ach wir müssen in der lösung von uns ja ja da fahr ich hin da die rechte in das teilen ja jeder muss schon wie fliegt das ding er nicht nur nicht fahr erst geht noch nicht ich hatte ohne scheiß ohne dass ich es wusste okay okay warte ja man hat einen wenn mich als erstes da ist hey verzupft dich der wo gewinnt ist der beste fahrer außer Nick da ist eh kacke genau er guckt das schummelt wieder nur weil er Hacks hat geht eh grad den Speedhack an ja Tave hat den Speedhack Tave Speedhack oder so mein nehm Freunde ihr habt den Beweis ich bin der beste Fahrer nein da wir haben extra auf ihn gewartet für die Aufnahme dass er einen Vorsprung hat also toter Kurier Team 1 holt die Daten des toten Agenten aus dem Leichenhaus Team 2 holt seinen Hubschrauber zurück also wir machen Team 1 Flo würde ich sagen ich weiß gar nicht ob man Team ach doch jetzt glaube ich statt in der Lobby ja müsste also wir machen Team 1 hätte ich gesagt da ist ein bisschen mehr Spannung für die Aufnahme ja ja soll ich auch schwer machen da gibt es 1,25 Geld 1,25 ja mal soll ich machen oder nicht ja mach dann sind die Gegner halt stärker mach einfach kannst du schon mal so mein lieben Freunde wir vier Baggerlooten fahren jetzt mit dem Teil da hoch und werden uns was müssen wir eigentlich holen wie heißt das nochmal äh die Akten Akten Daten von Agenten ok Daten von Agenten die holen wir uns die holen wir uns so gehen wir hoch als ob wir in den Krankenwagen ey dann brauchen wir wieder eine halbe Ewigkeit bis wir da sind Junge ist dein Ernst oh mein Gott er steht oh ich seh mir die Landschaft an er Floh mein ey Floh alter Junge was macht der Könnt ihr einmal was richtig machen das wirst du in der Folge sehen wenn du dir die anguckt wenn du eine Haffe wenn du eine Waffe in die Hand nimmst oder auf einen Agenten zählst fehlt deine Tarnung als Sanitär auf also wir müssen wirklich nix machen wir gehen da jetzt rein und holen uns das Stuff so wir müssen hier die Seichen durchsuchen oh Floh du bist auch wieder da hallo ja da hinten ist da ist gar keiner ist nicht da als ob der nicht da ist hä sie werden dort sofort schießen die schießen auf uns ach du nein äh Waffe oh fuck die sind da schon ja ja ich sag ja das ist nur nicht Hilfe okay wo hier rein hier rein wir haben äh ich durchsuche okay was 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 ihr seid aufgeflogen ne ne wir müssen also hier oben seid aufgeflogen nicht aufgeflogen das musste so sein das ist geplant ich weiß nicht wo einer ist Alter was passiert hier oh blöd hä irgendwer schießt auf mich von wo von unten vielleicht hä der da von hinten ist schon komisch komm jetzt lauf doch runter ja chill du bist übel schnell ja na klar du machst übel schnell alter müssen wir doch eins runter ja ne hier ne ja auf der anderen Seite nochmal Achtung der Typ wieder der da um die Ecke echt ist aber die Tür auf okay jetzt wieder jetzt wird er langsam ja kein Problem oh fuck oh mein Gott ich bin fast down ja lass mich ein bisschen ich bin noch nicht down ja ist keiner mehr okay ich sehe keinen ich sehe keinen mehr run 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 wir haben's wir warten draußen oh mein Gott da kommen jetzt Bullen ihr seid noch nicht da ne kommt ihr zurecht ja 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 da noch ja okay ich nehme mein Typ läuft automatisch okay jetzt habe ich mich oh nein ich habe aus Versehen geschossen oh die Ballern auf mich voll hart er ist tot ganz ruhig Leute wir haben Zeit hinter der Kiste der lebt noch wir haben Zeit ich muss mich kurz verstecken Flo das mache noch sind da noch welche zwei Stück noch irgendwo da lebt die ach die beide leben hier noch okay komm 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 lass hier den Jeep nehmen nein ich hole ihn ich hole aber gerade so hier da kommen noch welche ich habe die beiden beim Auto die mir gerade gekehrt haben das ist ja das ist kann ich überhaupt nicht Mechaniker nein ich kann nicht ja okay dann lass das Auto nehmen den Jeep also wir kommen Jungs ihr braucht glaube ich gar nicht kommen okay doch wir fahren euch entgegen ja und das ist eh bald weg aber ich will und weil ich jetzt hinten ansteigt weiß nicht dass du gesehen oh fuck das an mir der Kombolen hallo ihr müsst ihr hier landen wir haben das vergessen was alles klar euer Ernst jetzt ja komm ja wir müssen nochmal zurück ey da kommen voll viele Bullen ja ja der Heli du musst den Heli Achtung mach den Heli ich hab Probleme sonst verramm den Heli bloß nicht irgendwo nein mach den Heli platt ja ja es ist investiert die schießen noch auf mich ich bin gleich tot hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir das dürfen wir jetzt nicht wieder verkacken ich muss mich kurz irgendwo verstecken ich bin auch fast tot kannst du Heli fliegen? äh ja sehr gut das kann nicht sein das kann nicht sein wenn wir es jetzt die fahren einfach zurück was ist mit denen? das ist jetzt nicht mehr wo muss ich denn hinfliegen? macht schnell zu uns ich hole den Heli können wir nicht um was anderes zu dem rosa oder zu dem gelben? rosa rosa mach mach ihn ich bin wir sind gleich tot ihr müsst euch echt beeilen ich krieg den Heli nicht muss ich mit dem Heli die zerschießen da oben? nein du musst zu uns kommen du musst zu uns fliegen und uns aufholen landen landen was ich hab den Heli aber da da sind zu viele Leute ich hab 41 Leben land jetzt ja komm schnell ich hab so wenig Leben ja bleib einfach da hinten ich hab alle ich hab alle warum springt jemand raus von euch ok ok jetzt 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 los los rein 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 steig rein steig du allein ich steig auf dann steig nicht aus Nick rein 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 komm 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 bei den hinteren ja flieg weg 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 jetzt zum gelben Punkt oh wir haben es geschafft alter noch nicht oh Deli Deli oh 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 nein hör auf nein warte 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 alter übertreibt die Lage zum gelben Punkt ok jetzt haben wir es gleich geschafft wir sind in einer sicheren Höhe oh elegant gantt sauber bestanden vorbeiratung bestanden silber ja ja der alte Hacker der carry der alte Hacker glaub ich Gold ähm er ist geflogen der Andi an der Andi jetzt achso ich glaub weil ich nicht gestorben bin oder das kann auch sein das wird sein wir sind nie gestorben pssst gut ich würd sagen das war's jetzt von diesem Part das war ein chaotischer Part ich weiß beim nächsten Mal wird's hoffentlich besser ich würd sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein Wertung da erster Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu dem Kanal vom Andreas die anderen beiden haben leider keinen Kanal ich würd sagen bis dahin haut rein und ciao 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 draw